Rocket League Video. Ich habe einen Rocket League Video nicht so lange, weil ich es nicht gemacht habe. Und heute spiele ich mit Versin und einem Freund. Oh, du fällst lauer. Du fällst noch immer lauer, wie am Anfang des Videos, und am Ende fällst du auch lauer. Das werde ich auch nicht ändern, weil das ist mein Name. Ja. Ah, und Leute, ich erzähle mich jetzt mal eine Story. Also guck mal, es gab da letztens, wir haben ein Turnier gespielt, und da kam einfach so ein Französer rein, und ich habe das Wort Bagot erfunden. Das ist ein Wort, was eine Fusion aus einem Baguette und Gott ist, wisst ihr? Bagot? 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 Französer ist das ein sehr wichtiges Wort. Bagot. Bagot? Ich spüre noch ihr Bagot. Ich habe so viele Toll-Fusionen, so richtig krass, aber ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Hallo, hör mal zu. Splash, akromanische Auflösung. Überbuchung, Himmelblau, Verschblüter. Das ist aber auch kein Meister Auflösung, zeig mal. Das eine Himmeldinge, das kann man nicht schreiben, das ist Turnier-Explosion. Mhm. Das ist exotische Dinge, exotische Toll-Fusion. Ja? Kannst du also so, ähm, Schwarzmarkt-Ding-Entwerf bekommen in ein Turnier? Äh, nee, noch nicht, aber ich habe eins bekommen, ich kann dir das auch zeigen. Das ist die Tarnung, die ich bekomme. Bauen, ich hab's Splash! Zeig mal. Guck, dass es die Tarnung, die ich bekommen habe. Hä, ich kann keine Toll-Fusion nehmen. Cool, oder? Ja. Guck mal, da habe ich noch ein paar. Noch das hier. Digga, Laura, Laura schon. Digga, Laura. Das hier auch noch. Digga. Das hier auch noch. Verzin hat Schwarzmarkt, ähm, der hat Kredite zu Laura bekommen, gegeben. Laura hat den Schwarzmarkt gegeben. Und Verzin hat mir... Da habe ich noch eine Idee. ...einen Schwarzmarkt gegeben. Laura, dieses Schwarzmarkt, das du gerade anhaltest, das hat mir Laura gegeben. Das habe ich dir geschenkt. Das, was ich gesagt habe. Du bist eine Frau. Du bist eine Kack-Burst. Digga, ich habe eine Frage. Wer, wer hier ist Kult? Pff, ähm, also ich bin ein Kurde, ein stolzer Kurde, der kein Land besitzt. Ja. Ich bin Kurde, der was wurde. Ich bin auch Kurde. Ey, passt das? Ich feier das nicht, passt. Das passt übelst, ne, die Räder. Verzin, du hast gesagt, wir brauchen Training. Guck mal, dieses Ghost passen zu den Rädern und danach kommt Rollerpass. Rollerpass. Wir spielen jetzt ganz kurz, okay. 2 gegen 1. Ja, ich verwerbe ihn gegen Laura. Digga, Laura ist ein Gott in dieser Spiel. Ähm, ich bin dein, lass mich in Ruhe. Nina. Nina, Kerr. Nina, meine Katze. Achso, Nina. Nico schläft auf Fistinas Bett. Ich hab einfach so ein türkises Schere aus Versingen geholt, weil ich dachte, das wäre blau. Digga, mein Controller, kein Akku, das ist das Scheißding. Weißt du was? Dann tust du einfach einen Akku, ganz einfach. Ja, aber das Akku wird nicht. Nein. Digga, komm, ranz. Blau, geht du blau. Blau, geht du blau. Blau, ist georangiert. Ja, boin, da kommt ein Gaspar rein. Gaspar, Angriff mit voller Kraft. Stimmt, das ist ein Bot, das ist ein Olzer-Bot. Oh yeah. Warum hast du gedacht, dass wir uns beitreten? Komm, Gaspar, komm zurück. Du schaffst das mit der Kraft der Freundschaft. Los, Gaspar. Los, du schaffst das. Wo ist denn Gaspar? Was macht der da hinten? Dann kriegen wir das. Der ist von Olzer auf Noob gewechselt, glaube ich. Guck dir mal an. Was macht der da? Doch, ein Fett ist ganz schief. Das Auto. Der bleibt im Tor. Die Zackwurst. Immer wieder der Däu. Uh, der ist doch ganz schön gut. Akkus. Nur sein Auto ist so fett, dass er nicht damit rumfällt. Was hast du, auf was hast du live gemacht? YouTube. Du lappst nicht, lass dich nicht. Du bist weggeflogen. Mein bester Freund. Ja, moin, alter Pinz. Aber komplett andere Seite. Bleib voller, genau. Hey, der weiß doch. Was? Nein! Mein bester Freund. Die Kackwurst. Also die alte sagt, dass Kletter sind viel. Aber egal. Let's go, schau das Vollag. Die sieht toll aus. Geil aus. Ja, die sagt, dass der Fakt irgendwie abguckt, die Mannheit. Er macht rückwärts zu fahren, dann macht er so. Der kann halt nix, Alter. Wir gewinnen gegen einen Pro. Ne, wir gewinnen gegen einen Pro. Kannst du Türen zu machen? Ja, Gäste, fach ich ab. Der Arme. Ich hab mich voll abgefuscht von dem Gäste. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was weiß ich, was wir heißt. Ihr auch kann sein. Ich bin da. Hier kommt es. Aber Geld benötigt. Geht doch, was macht er? Deine. Bauern. Bauern. Wie du schubst du willst? Chill mal Bauern. Wie will ich dein Gegner? Hey, hast du noch überführenden Schwarz? Wer? Irgendjemand? Nein, ich hab eine Verwurrung, dann können wir auch. Nee, ich brauch's den Schwarz. War halt irgendwie ne geile schwarze Toranimation. Ah, für deine schwarze Haute? Und ne schwarze Spur brauchen wir. Ja, sie nach Minderbox, yes! Mann! War man, Mann! Digga, ich bin nur... Wo sind deine Vorlagen? Wo sind deine Vorlagen? Joah. Wah, du Lu... Come. Komm,ú Das waren deine Chance. Ja, jetzt war. związesteale gesehen. Ich hab nicht trabalhar zu müssen sein. Was ist die Spur妹obst? Ich hab nicht gehabt und während bußt hjälpt. was macht der da was ein unranked spieler alter was ein bot jetzt weißt du warum die die casper ein bot ist weil der ist ein bot er ist kein bot er ist mit k.i. eine dumme k.i. er muss k.i. macht den gasper move. leute kennt euch, macht den gasper move. wersi guck mal bitte, er ist stuck in mich. wow guck mal, macht kein tor bauern, bauern mach nicht, bauern mach nicht. oh bauer, guck diesen clip an, alter. ich kann nicht. leute wollt ihr, dass ich mein wort auf die ding schreib, bagott? bagott. schreiben? eigentlich müsst ihr das mit pronos aufklären, weißt du? bagott, was für bugott, alter. bagott, bagott. bagott, bagott. einfach von dutch zu deutsch, alter. von dutch, ja, das, das ist ein französischer Brötchen, ja. ja, man bagott, bagott, gott. nein, wir wollen damit nicht gott betonen. hat der überhaupt der weise wird? nein, überbauern ist besser. bauern ist ein zweiter meiner junge ja alles nur ein mit ihm ja 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 hat jetzt war es jespa so wird das geschrieben war gott ich einfach bei speed kick auf gemacht haben weil er keine chance wo bist du denn jetzt bei so schlechte ich bin ein tor was mit von mir als die feste ich meine ich nicht das war bestimmt jespa alter doch da meint dich lauer dattisch das ist schön das ist extra damit ich kicken kann ist ne kackwurst ist immer wunderschön Delpulmann wie sollen wir Plattitole spielen mit Jetspa die dir einfach eine Katze holen und schlachte sie ab alter so wieso dumm ist der alter halt die Klappe du schnäde die Katze alter bestimmt ist doch so ein Diener oh der kaputte auch der Garten le dach so mhm sie haben leger bitte die Warnere bestimmt ist da so ein typ der kauft sich Fische ernährt sie bis zum Geh nicht mehr und isst sie am ende das ist die ja bist du auch bereit ja drück mal weg mein Gott nein warte die soll noch ein bisschen schmerzen er hat auch nicht ich habe mich auch nicht ich mache so den ehrlosen nein guck mal ich so nein mach ich nicht nein nein ich habe meine räder an das ist nein einfach nein sieht voll geil aus mein bester freund gut sieht das aus bei gott team war gott ich hätte auch lauer und wird auch lauer heißer und bin lauer wenn du mir einmal gut ich glaube ich muss nur mein Name das ist baby war nicht gut meiner ja war deiner ja nein sorry es ist ja mein ich meine meine und nein ich meine nein fucking die wohnung die wohnung das war auch sozial von dort die die erste schlacht auch nicht wie es geht zwei Leute unnötig bei den Ticko mein bester Freund die Strecke Lerbeck der Torwart gewissen und er ist schlecht doch einmal passen die Mitte und jeder geht von Mitte weg doch du sagst, die sind schlecht! Gönn dir einfach beide Fallen weg, Alter! Junge, die Change-Alter! Alter! Die Peinlichkeiner macht ein 80er Ping! Lomborn hat ein 48er Ping, Junge! Das ist doch wirklich gut, dass der andere Bray hat das Doppelte und ist trotzdem besser als wir beide! Bauen wir! Meine! Bleib hinten, Bauen! Nicht dahinter fahren! Nicht dahinter fahren! Lau, Lau, komm, komm! Dann wird der Korn von dir schießen, ne? Lass ihn! Andern muss! Oh mein Gott, no! Ja, mach ne Billiard, Alter! Nein, nein, nein! So kurz ne Billiardkugel, Alter! Der Post hat alles bei Boost geklaut! Bauern, booste doch, du hast Boost! Oh, ist doch Würmer! Na, Spaß! Komm raus, komm raus! Kapitän! Der Post hat alles wieder bei Boost geklaut! Oh, no, 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 no... Er wird nicht? Gute Analyse... Wab, here, Tor! Wab, here! Wab, hat das, du... Bapper, was machst du für immer hin? Smack-On-Grift, Digga! Er macht einfach Schlank-Taktik und die Zick-Zack! sauberer pinch ich habe eine vorlage für die geil war und getraubt hat mich nur kurz berührt und ich wurde halt miese gebannt das war nicht ein pink dort sind die gaben durch die netz 40er ich sage sein kling das geht hier und wir finden die bauernblätten der blickst du mich immer bei kiko ja sind aber gut ja mein erb und die versuchten wird noch von meinem team nicht gekriegt da ist ja geil wusste ich werde hier mehr gewandt als ein billiardkugel sauber was für sauber digga das war die größte vorlage die ich gesehen habe nein es war geplant von dir ja man komm komm du bist voll der ballchaser irgendwie habe ich das Gefühl und wenn du keinen boost hast dann noch boostest du irgendwie nie und flippst nie ich glaub er braucht noch die evolution wie du ja mann der muss noch viel mehr mit uns spielen das war geplant für dich geht rauf in die mitte in die mitte brä bin ich da gut boost holen hab gut von dem brä geklaut nein der war zu hoch der hat ihn noch berührt deswegen der pasta hat mir wieder boost geklaut meiner der pasta hat geklaut alter junge wir machen die grad ww in rockenlick alter ich habe keinen boost hat nur dann bin ich berührt hast ja klar ist der glas egal wir haben auch zweite chance super wir haben zweite chance aber das ist unser der war noch aufgeben ja warum weiß ich mal wie das geht bestimmt weiter habe die gefällt haben die labern das ist das muss haben wir recht dass ich manchmal schon der wer sind du weißt warum ich nicht ankommen könnte für drei monaten ja ich war alles wegen mein onkel ich hatte gar nicht die gegner ja ich trete bei wir haben nur drei minuten das voll peinlich dass es das ist silber turnier ist da hast du beigetreten das bei mir platin gewesen ja sie hast beigetreten ja okay beigetreten hoffen diesmal wird einfacher sein na ja weil wir spielen gegen leute die verlautern ja 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 du kannst zwei schwarzmarkt in diese turnierkisten bekommen einen heißt atomera flag das ist ein schwarzmarkt to explosion schwarzmarkt und das andere discoid ja ich weiß ja ich weiß er hat probleme mit seiner lunge und sagt ich kann keine maske tragen und dann geht er zum kassierer und sagt ich will ne wahlbüro ja ja ich bin scheiße in diesem spiel ja 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 erinnerst du dich wie wir immer mit anthony gespielt haben wie gut ich war ja jetzt der wahls nicht mehr ja wahl ich kann nicht mehr ankommen wegen mein onkel und deinem onkel dann geht ihm geht ihm orange ich bin die galah sind die guten beatboxen beatboxen du bist nicht gut wieso du bist der wahlbüro du bist die zwei dialect cities rechts seine bauen aber meine hat nicht getroffen dass der das ja da ist der schön da erst das den ja 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 ich will ich will bitte macht es nicht bitte sich mich auch du kannst die gegner warten aber mich nicht okay niemals egal wie man mich wenn er so ein toll dazu nie gemacht habe dann wäre es besser ja aber wir haben die ganze zeit hier gebaut du kannst darüber spielen mein auch ich habe das eigentlich der bruder wenn du nicht mal den kickoff rühren bruder du hast mich verraten zwei apfeln mit meiner freundin doppelapfel mit meiner freundin geh rauf löscht meine nummer löscht meine nacht wieder ich hab dir vertraut digga vertraut du musst langsam fliegen lernen du muss hoch fliegen immer hoch fliegen wieso fliegt das ist das problem springen bisschen nach unten drücken und dann doch noch den an doppel spiel hat sich fast haben ich sprengen die beiden hatten fliegt ja bitte du machst das ist doch einfach laufen und so und muss nach vorne sowas gemacht habe der hat das hier nur mit taktik du musst du musst luftkontrolle haben werden so ja jetzt versuch mal die ganze zeit zu fliegen wirst du kein bus mehr wenn du kein bus mehr dann geht sie zu 100 kabus und bus ist wieder hoch und nutze den doppel sprung noch nicht weiter aus schätzen ja wenn es richtig hoch ist danach kannst du machen ja dafür musst du immer den ersten sprung nur einmal springen und dann fliegen und dann wenn du ein bisschen zeit hast dann noch ein doppel sprung du musst schnell machen so du musst so so okay ich schuhe mir dieser also so wer sind guck so kannst du schon erde ich nicht weil ich kann das thema so wie das ja perfekt nur du musst den ball noch treffen ja aber da war ich habe so eine gute vorlage komm ich mach mir ganz gut hoch jetzt versuch du musst schnell manchmal brauchst du nicht mal besuchen den doppel sprung zu machen also komm noch mal ich war doch ganz ehrlich okay diesmal weiß ich was machen muss dankeschön jetzt 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 wie ich leute ich denke ich war und wenn ich rauskommen muss einer von euch mit ich darf nicht sagen wir wenn du rauf bist gail ortanen bitte sei zwei bitte zwei das ist das finde ich kommt kommt gelingen ich bin und tun ihr sieger sein ist zwei Dinge über 20 sich gewinne ich bin ein silber wer du außer mir ist ja platin da will ich verzeihen nach wie ich glaube war ein gewalt da drauf so ein bisschen lang falsche richtung bruder noch kein ballschätting spiel mit taktik spiel mit taktik der schnäger und zwar der gröckel war immer noch kräftiger aber bei 10 200 Prozent aber auch nicht ja ich bin ich viel viel mehr muss machen benutzt er nicht meiner das passt daran merkt man dass sie über spiel den bauern lassen sie machen vor dieses den last den blau machen bau macht eine vorlage das geschafft das kann wohl die muss sie immer gut nein was hat mich nicht geworfen hat irgendwie zwischen späßchen gemacht die gar nicht mehr und da muss diese lappen vorlage nein ich hab kein boost ich gehe vorne das nicht meiner stadt blau bau macht den nein ich hab kein doppelsprung mehr wir sind immer so knapp oder das war meiner meine der anderen nein 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 und da ich habe nicht so schlecht seine lauf die vorne machen noch ordentliche vorlage wie ich ihn schon doch egal warum fühle ich dass ich ein bisschen problem warum weil die grafen vorgemacht hat nein ich kann dort wo sie uns schenken damit wir mit angeben kann ja okay nach spiel ich denke ich bin besser jetzt braucht ja man ich hatte kein kreis jetzt das spiel gekauft ich habe das spiel jetzt voll voll lange das war also das 2017 ja ich weiß ich habe so ein titel es heißt 2017 werden hat das gesehen ja dann zieh das an er macht den gegnern an dann machen den gegnern an okay nach dieser runde ich mache nach dieser runde das ist voll gut gemacht den gegnern dann voll angst weil die denken scheiße seit 2017 spieler und ich bin durchaus und ich bin egal einschüchterung wisst ihr dann macht der macht der ganz ein ich lasse den nicht einen jahr und dann auch euphorie sage ich nur warum kommt niemals euphorie bitte oder nicht mal treffend heute nacht bei ihm euphorie erläutung ab denn nicht meiner sorry ich wollte fliegen aber ich kann es nicht immer saubern aber wir konnten die aber nicht holen wir können das tun weil wir wissen wie man soll sogar ein double tap machen wir wollten doppelte schaffte doppelte dinge machen dieser einer war richtig ich habe den bauern du musst nicht gehen weil die 100er boost die gewaltigung mit mega bauern weiter ein guter pinch nicht wirklich haben die nicht die können ja gar nicht fliegen man ja gar keine ballkontrollen die können doch nicht alle nicht die bauern ist nicht gut besser als alle drei zusammen die vorlage eine ordentliche mit schwung mit schwung bruder meine 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 bitte bitte so wie so wie wenn das der nicht schlecht ja lass mich mal denn jetzt passiert so wie ich muss so wie ich denke die ganze spiele weil in schüler sagt ist das ich war nicht in der guten position dass ich mir erst mal die teil annehmen das 2017 ja war gott let's go bar gott hat gewonnen für die für die tüche ich habe alex prädator bei das da unten nicht zum beispiel bei ihm steht 2017 bei mich der apex prädator apex präditor ja das ist gut ja sie muss sich auf banner wählen es sagt es ist 2017 was bedeutet das ist ja nimm das nimm doch ich habe genommen jahre 2017 du weißt mich immer wieder auf mein haus das ich hatte noch nie rock regner und da ist ja nicht weil darin hatte das cd und er hatte auf 2017 zu meinem haus gekommen und danach hat der rock deswegen glaubt doch es war deswegen ja vielleicht ja okay man kommt in schwarze spuren shop digga ich würde mir sofort kaufen wenn die mir gefällt ich weiß mich ein schwarzmarkt bekommen dann werden wir was ich hab dir doch eine ich hab ja noch eine schwarze gegeben nein eine schwarze spür ja ich weiß mein bahn du kannst auch weiße nehmen wenn ich dachte du hast gesagt du gibst mir so ein schwarzmarkt tor ging damit wir aufgeben ja warte mal ganz kurz warte mal ganz kurz naja 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 ne ok sollen wir jetzt schnell machen ey Wazel mach schnell Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. was macht er ich glaube dass hier aber der redet nicht auch egal wie es meint die keller an ok wer sie ist bereit siehst du in der ex getriggt das war so mit der reden hallo wer sehen hast du mich denn sie hast du nicht wer sind alarmstufe rot die andere stufe ist die neuen alarmstufe zentrifogal kraft minus etwa gott ja kannst du nicht drücken warte junge das ja mal kommen wo ist denn dieser kleine magot endlich wer sie ja was nicht geredet so ich hatte einen anruf kommt ich kriegte nach der runde wollen sogar jetzt jetzt wussten sie anstatt das geht das teil gesehen ich glaube die haben so angst ist der gewährst am tor blau du musst fakes verstehen ich hab den top geschwissen ich war lange sogar macht nie voller gefilmung so schnell die runde geht schnell vorbei ich bin sehr schnell gerade keine ahnung ich hab die ganze zeit zu zweiter und weiter schneller schneller war und schneller 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 noch schneller ich hab 100 tabust ja du weißt was ich meine boost 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 ich hab nur heiß ultra boost super boost super boost war gott boost digga kann 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 jemand mir kann jemand mir sagen was dir sagt aber wie eine anime in der hat einen handy sein name ist alt lege ist ich glaube ich stand voll scheiße die ganze zeit ich dachte in dem tor ich bleibe durch becken ich gehe links lau deiner bleibt du bisschen vielleicht dachte ich danke danke schön dass jemand andere war der lasst mich nicht enthalten ich glaube ich bin doch früher voll gut im tor nein ich gehabt die folge fähig ich habe gehabt in der luft geschehen ich war gerade am fliegen um ein paar vorne komplett vorne hat der kick hat nachher laut ach du scheiße bauern digga ich lass dich nie wieder füßen oder das war nicht enttäuschung meines lebens ich dachte du hast voll harten schuss ich dachte du hast voll harten schuss ich war voll der scheißschuss mann er flippt vor dem tor ich gehe ich gehe ja du gehst nicht ja bruder mach ich nicht bitte das wird dich gar nicht angenommen das ist eine gute vorlage was machst du mit dem vorlage italienische mafia gegen bulgärische oder so keine ahnung nein derbische organisation einfach deutsche mafia ich kenne keine deutsche mafia kennst du eine deutsche mafia als die deutsche mafias aber ich kenne italienische deutsche mafias deutsche mafias es wäre fast oh mein gott mäßig oh mein gott runny runny ist 2017 gut gemacht baron was jungen wie schlecht bin ich wie habe ich denn dich getroffen das ist das ganze zeit wie kann das sein ja wenn zu sein abin sauber vorne baum ein schuss mach keinen doppel schuss oh mein gott du bist mir der scheiß alter die scheiß ich bin hier nein wer ist hier knapp war aber knapp oh mein gott sorry man ich war schnell verdammte scheiße mann nein mein gott fucking jawohl 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 mit der kraft mit der kraft mit der kraft von hier mit ja ich bin so scheiße nein 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 scheiße war die geil ja du kannst uns verlassen nein man niemals nein guck du hast geklappt du hast doch einen doppelsprung gemacht jürgen wieso ist das so schlecht nein da möchte die jungen sein ich gehe links bist du komm da harter schuss wo soll ich der kraft weißt du nicht nein jürgen aber geil guck mal so bitte sag das nicht du weißt nicht von wo das kommt ok in der Mitte bedeutet sag helft es ich kenne ok das geht noch fit glaube ich ria gremory das ist alles super schwierig nein das ist ein legendärisches du weißt du da wo ich bin das ist ok genau deine harter schuss Bruder ich sag hart nicht Memmenschuss man so ja man so ne so ne falsche Richtung oder ich ne ja man ich weiß hu alle draus gesteckt lau ne gute vorlage ich hab keinen boost also mach runden roi runden ja ja da heißt das auch ne wir können nie gegen solche bots verlieren man mach den hoch 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 mach den nicht hoch Dennis geburt fick dich liga ja ich war mein schuss alles baum und schuldig ja guck mal seinen schuss an alter ja und lasst ihn mal voll der arme hieß doch guck mal mein Gehirn alter Es war nur einmal aber du hast verkackt, hättest du einen doppeltsprung gemacht Ja, was soll ich machen, alter, guck ich machen, alter, du brauchst was einzeln, mach Bauer macht so weiter mit Rockets, ich mach doch grad voll Bock Oder? Ah stimmt, ich muss ihm noch ein Perk-Motion geben Wenn du willst du holst nicht Ich geb dir Mann Ich muss mir erstmal meine Geschenke holen Von denen ich sowieso nicht holz Ich hab so... Ich krieg nur Müll, weißt du? Ich hol mein Holz, ich hol mein Holz Ich bin mein, 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 ich bin mein Gott Hey Leute, ich kann ein Report eintauschen, aber dafür muss ich EKG UmG in Pink eintauschen die überwuchung das kommt 150 werden ja das ist eine explosion ja warte als ob ich dieses kostenlos gebe aber das ding ist halt ding ist halt ding wert okay was soll ich dir geben ich kann die omg ist glaube ich was ekg omg gibt mir ein boost ja was weiß man kann man sie nun muss haben sie noch raketen ist das neben räder neben die räder oh mein gott medica das ist ja und das ist noch mal kräft werden boost raketenspuren muss ich habe ich habe nur zwei raketenspuren aber ich kann die nicht geben okay spuren hast du sporen ja spuren das nebenteuer explosion das ist unter dein wust ich brauche davon und schwarz oder so hast du spuren ich kann nicht weiter explosion gucken wieso und dann geh mal auf banner dem auf banner neben das neben spuren das vorletzte nicht das letzte sondern eins links spieler banner oder antennen spieler banner da gibt es da gibt einer ich habe mich gar nicht okay hast du aber da haben nein Ok, dann jetzt abrichten bis zu irgendwas warten. Hast du Räder? Ich habe Scheiß, Räder. Ich habe nicht mal gut. Dann zeig mal. Digga, ich habe nur Detail, den ich dir geben kann. Das, warte mal das und das. Junge, das ist mies traurig, ohne Scheiß. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Räder. Dann gib einfach gar nichts. Junge, halt die Fresse, ich gebe dir jetzt so viel, ich will. Ich gebe dir, ok? Du musst glücklich sein. Hier ein Hamster, kriegst du auch noch. Ich habe eine Frage. Wer ist das beste Cousin? Für mich, du bist das. Du auch, Mann. Digga, darin ist nervig. Kann sein, ich habe den langen, lang nicht mehr bedingt. Guck mal, das ist aus wie Exiliter. Guck mal, das ist aus wie Exiliter. Diese Banner, äh, die Dinger. Du weißt doch, du weißt doch, hat schon ein Vanya-Chon-Ojani-Hanaseba? Ja? Der hat das zu mir gemacht. Welcher Cousin macht das? Vanya-Chon. Als würdest du dich, wenn jemand da hinbetongeht und gibt es da kann hier, wo er geht? Äh? Und dann hatte was da macht. Was? Digga. Werden soll ich das, äh, das Baum haben oder das andere? das baum okay sondern auch da macht was der macht das zu meister ich könnte ein paar sekunden nicht mal an der nasse hat man benutzt die räder die ich dir gegeben hat wie soll ich dir sagen wie du für zwei autos verschiedene verschiedene räder machen kann weil ich doch eine reise die räder welche soll ich an machen dieser politik invertiert ja dieses rote ja drückt darauf drück auf die räder l2 auf diese blaue die du gerade dran hast drückt auf l2 und dann geh auf das roten wir auf ein rotes rad ist gerade eben gegeben habe ja und dann drückt er 2 r2 auf die auf die roten räder r2 und auf die blauen l2 dann hast du für zwei verschiedene autos verschiedene räder du musst l2 auf das blaue rad machen und er zwei hoffen das rote zu hause jetzt gemacht ja also du musst l2 auf das blaue rad machen l2 ja hab ich dann glaubt denn ob denn man muss weiter mit l2 betrachtet auch waren das auto ansehen nein l2 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 nicht l3 ich habe gemacht und dann geh auf den roten r2 und dann geh auf dein boost und such dir irgendwas auf jetzt weißt du ja nach flammenwerfer ich habe dieser nitrus das ist für das rote kibar und guck mal in den shop ja ich habe keine ahnung wie viele überwürgerungen zum blau wert wenn ich kapier es nicht weiß ich wenn ich auf das rote fahrrad r2 macht lr2 mache nein du musst auf das rote r2 und das blaue l2 ja fertig soll es so sein ja jetzt immer wenn du spielst und die team orange bist dann hast du auch auf den rädern diese rote die rote rote räder und das passt auch okay so ein spiel spielen okay das weiterspielen wie viel kostet das was ich meine weil hier abn sah ich meine ja glas 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 Ja, was? Ich bin grad... ich schreib grad mit jemandem. Also können wir in ein Spiel reingehen, bitte? Warte... Nein, nein, nein...